Hey Andi, hast du schon gehört, von dieser neuen Sportart, die in Landdiskotheken so beliebt ist? Ähm, meinst du Komasaufen? Ich glaube, die nennen sie Zwergenweitwerfen. Das ist aber nicht dein Ernst. Ich würde sagen, dann probieren wir es aus, oder? Ja. Kommen wir es aus. Passt. Gut. Nimm uns die Batterie, jetzt bin ich es praktisch. Amen. Okay Andi, gib dein Bestes. Ähm, wie heißt er? Keinen Namen, er stirbt gleich. Stimmt. Tschüss. 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 Nicht ganz die Dinge erwischt. Das ist ein neuer Versuch. Ja, kurzer Dank. Ja, bitte. Okay. So wie ist es, ich schlapp. Ja, das ist ein neuer Versuch. Wir sehen uns das. Sie lieben uns. Und wir sehen uns. Wir sehen uns. Für das ist das ist das ist das, Also Schlupfhausen ist jetzt ausgerottet. Nicht ganz, wir haben noch zwei größere. Und über die fahren wir jetzt drüber. Größere Zwerge? Ja. Gehepersacker geht weiter. Yes! Lass rどc! in 4 Hoh-Hoh weniger sowas schwack die Das war es. Olympische Disziplin wird es auf keinen Fall. Es ist auf jeden Fall besser als das Zwergenwerfen, was in Diskotheken gemacht wird, mit kleinwitzigen Menschen. Wie man sieht, man kann sich doch alle Hand brechen. So viel bleibt da nicht mehr über. Jetzt muss man aufkehren. Das ist ein bisschen saueres. Das war's. Passt. Danke. Fiat euch. Wir gehen jetzt an. Ciao.